Die schwedische Klimaaktivistin Greta Thunberg wird mit dem sogenannten alternativen Nobelpreis ausgezeichnet. Die erst 16-Jährige begann vor einem Jahr mit wöchentlichen Protestwachen vor dem schwedischen Parlament, um größere Anstrengungen für den Klimaschutz anzumahnen. Anfangs war sie ganz allein. Binnen weniger Monate entwickelte sich daraus die weltweite Bewegung Fridays for Future. Millionen, vor allem junge Menschen, schlossen sich Thunberg an und demonstrieren regelmäßig freitags. Greta Thunberg, Direktor der Stockholmer Right Livelihood Award Stiftung, erklärte, Thunberg werde ausgezeichnet, weil sie politische Forderungen nach sofortigen Klimamaßnahmen auf der Basis wissenschaftlicher Tatsachen angestoßen und für deren Verbreitung gesorgt habe. Der Right Livelihood Award gilt als alternativer Nobelpreis und ist je Preisträger mit einer Million schwedischen Kronen, umgerechnet rund 94.000 Euro dotiert. Die weiteren Preisträger in diesem Jahr sind Davi Kopenawa, Anführer der Yanomami-Volksgruppe im brasilianischen Amazonasgebiet, die chinesische Frauenrechtlerin Guo Jianmai, sowie die Menschenrechtsaktivistin Aminato Haidar aus Westsahara. Die